Herzlich Willkommen. Heute in diesem Video zeigen wir dir, wie du dein Kapha, dein Erde, Wasserelement anregen kannst, dass du aus der Trägheit wirklich in die Herausforderung gehst, in die Bewegung kommst, ins Schwitzen kommst, ins Neue kommst. Denn Kapha-Menschen neigen ein bisschen zum Gewohnheitstier, sie genießen gerne, sind ein bisschen langsam und fürs Yoga ist es wichtig, dass du dich immer wieder auch mal herausforderst, dass du mal ein bisschen dynamischer übst, mit mehr Kraft, Entschlossenheit, damit du auch im Körper diese Energie spürst, die es braucht, um dich wieder zu verändern und den Herausforderungen des Lebens mit Freude zu begegnen. Wir wünschen dir viel Freude, Orshi wird dir die Übungen vorzeigen, du darfst gerne dabei ein bisschen ins Schwitzen kommen, viel Spaß beim Kapha-Yoga. Du kommst gleich zur ersten Übung, zu einem Vinyasa, auf die Knie, Kniestand, dann die Arme nach oben, bisschen rückbeugen, Kopf nach oben heben und dann beginnen wir. Ausatmen, nach vorne beugen, Kintshaltung. Einatmen, hochkommen in den Vierfüßlerstand und ausatmen, die Hundehaltung, Rücken dehnen, einatmen, wieder Vierfüßler, ausatmen, Kintshaltung. Einatmen, hochkommen, rückbeugen, ausatmen, vorbeugen. Einatmen, Vierfüßler, ausatmen, Hund, Kopf sinken. Ein, Vierfüßler, aus, Kintshaltung, ein. Bewusst etwas schneller üben heute. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Und jetzt bleib im Hund, ein paar Atemzüge. Jetzt kannst du mal das rechte Bein heben, das rechte Bein heben, kraftvoll dich in den Boden stoßen, bleib. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Fuß aussetzen, heb das linke Bein. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und ein Schritt nach vorne, Fuß zwischen die Hände und komm gleich hoch in den Krieger. Einatmen, hochkommen und ausatmen, das rechte Knie nach oben ziehen und Fuß wieder aufsetzen. Krieger. Und wieder Krieger. Richtig in den Power, super. Spür diese Kraft. Dynamisch atmen. Und noch zweimal. Und wieder zurück dann in den Hund. Tief durchatmen, Hundestellung. Intensiv atmen. Und da kannst du auch mal so richtig durchatmen, so schnell atmen, ein und aus. Und dann hebst du den anderen Fuß, den rechten Fuß. Schwung von nach vorne, zwischen die Hände und wieder in den Held kommen. Virabhadrasana. Und das linke Knie hoch. Zurück. Noch dreimal. Eins, zwei, drei. Und noch ein letztes Mal. Und dann gehst du in die Hocke, kommst in die Hocke, in die Hocke gehen. Gut, und dann kommst du aus der Hocke langsam hoch und machst eine Seitbeuge. Arm über die Seite, kommst wieder in die Hocke, Hände zusammen. Kommst hoch auf die andere Seite, die Seitbeuge. Wieder in die Hocke. Mit der Atmung. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Wunderbare Übungen zum, deine Kraft in den Beinen stärken, Rücken stärken. Ein, Bauchmuskeln stärken. Ein, und ein bisschen dynamischer. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Und dann bleib in der Hocke, ein paar Atemzüge. Bleib tief atmen. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Und dann kommst du langsam hoch und drehst dich zur Seite. Kommst wieder nach unten. Ein, zur anderen Seite. Mit der Drehung ausatmen. Bisschen schneller noch. Noch 20 Mal. Noch 2 Mal. Und dann langsam in Stehen kommen. In Stehen hochkommen. Arme senken. Hüftbreit stehen. Und jetzt eine Intensivung, zum dein Feuer richtig anregen. Vielleicht kommst du jetzt ins Schwitzen. Die Arme macht zwei Fäuste. Finger zusammen. Feste Fäuste. Kraft. Willenskraft. Dann einatmen, schnell die Arme seitlich hoch. Und aus. Fäuste machen. Willenskraft. Wow, super. Aus. Full Power. Year wenn Sie auf der Erste sind. Aus. 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 Noch ein letztes Mal. Sehr schön. Dann geht es gleich weiter ins Plank Pose, auf die Unterarme kommen, die Unterarme abstützen. Genau, und dann hebst du die Knie. Jetzt schau, dass du kraftvoll im Bauch bist, in den Oberschenkel, und heb langsam dein rechtes Bein. Senk es und heb langsam das linke. Und rechts, links. Mach das bewusst dynamisch, spür die Kraft im Bauch, in den Schultern. Eine ganz tolle Übung auch für das Kapha, diese Schulterkraft, Bauch, Beinkraft. Sehr schön. Und dann langsam bleiben und jetzt mach ein paar Kreise, die Arme ausstrecken, so. Die Finger auch zusammen und einfach so. Arme ausstrecken, ist auch eine Variante. Oder die Finger zusammen und jetzt so Kreisen machen. Spür deine Kraft in den Schultern, nach links, nach rechts. Kannst du ein bisschen variieren die Kreise. Spür diese Kraft im Bauch, in den Schultern. und dann intensiv atmen. Und dann langsam zurückkommen in den abwärtsgerichteten Hund. Stoß dich hoch, komm in die Hundeposition. und streck nochmal den Rückenkopf hängen lassen, tief atmen. Jetzt kannst du das rechte Bein heben, hinten wieder strecken. Mit dem Ausatmen das rechte Knie zum linken Ellbogen bringen. Das rechte Knie zum linken Ellbogen. Und wieder nach oben, ein, aus, ein, aus. Spür intensiv, wenn es in den Handgelenken zu streng ist, anpassen. Aus, ein, aus. Wenn du zu viel Gewicht hast und es zu streng ist, gehst du nicht so weit nach unten mit dem Knie. Und noch zweimal. Sehr schön. Und dann das Bein wechseln. Das andere Bein, das linke Bein stecken. Und wieder anziehen. Ein, aus. Sehr schön. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Nochmal. Ein, aus. Und nochmal. Ein, aus. Und dann nochmal die Hundestellung. Und langsam auf die Knie kommen. Kindeshaltung. Und spür den Atem jetzt. Kopf ablegen. Spür, wie es fließt. Arme zur Seite. Der Atem fließt. Der Schweiß fließt. Spür. Spür die Wärme, die fließt auch durch diese Übungen. Kapha braucht Wärme, Feuer, Anregung, Stimulation, Emotion. Und dann komm langsam ins Sitzen und bring die Fußsohlen zusammen in Padakonasana. Fußsohlen zusammen, Knie auseinander. Dann die Arme zur Seite. Die Arme zur Seite öffnen. Und jetzt hebe langsam die Füße in die Luft. Füße heben. In der Luft genau. Und jetzt streck die Beine aus. Und beug wieder die Beine. Aus. Ein. Aus. Spür auch hier wieder eine wunderbare Variante. Aus. Ein. Aus. Mach es in deinem Tempo. Das ist eine wunderbare Übung für das Kapha. Für die Kraft. Bauchkraft. Rückenkraft. Beinkraft. Und noch zweimal. Ein. Aus. Ein. Aus. Und dann komm langsam ins Sitzen. Meditationssitz. Setz dich hin. Und dann machen wir nochmal eine Feueratmung. auch wenn das Wasser schon läuft. Der Schweiß. Schließ deine Augen. Wir machen die Pastrika Übung. Wenn du jetzt hohen Blutdruck hast, Kopfschmerzen, Herzbeschwerden machst du das nur ganz langsam den Bauch bewegen. Und sonst jetzt schnell den Bauch nach vorne ein. Und ausatmen nach innen ziehen. Einatmen nach vorne. Bauch noch mehr nach vorne. Oh, noch ein bisschen intensiver. � Subken salaierheihant kraftvoll. Gib alles. Intensiv. Noch zweimal und dann durchatmen. Pause, tief durchatmen. Spür den Atem, wie er fließt, spür die Wärme, wie es fließt. Und dann die nächste Runde. Wieder einatmen, den Bauch füllen. Ausatmen, den Bauch einziehen. Und noch zweimal und spüren wieder den Atem, tief durchatmen. Und nun beobachter, wie der Atem fließt, die angeregte Atmung. Spür die Hitze, das Feuer im Kafferbereich, im Magenbereich. Spür auch die Lunge, die jetzt angeregt ist. Und spür die Emotionen, es kann auch sein, dass diese intensive Praxis Emotionen ins Bewusstsein bringt. Und erst wenn du diese Emotionen beobachten kannst, wahrnehmen kannst, kannst du sie verändern, bewusst verändern. Und Herausforderungen im Leben gelingen nur, wenn wir viel Kraft und Energie spüren. Und dann reflektiere nochmals, wie wäre dein Leben, wenn du dich auch im Yoga manchmal herausforderst, ins Feuer gehst, in die Kraft gehst, in die Dynamik gehst. Wie wäre es, wenn es dir immer wieder gelingt, diese Kraft in dir zu spüren? Sodass dein Kaffer in Balance kommt. Und dann spür die Atmung, die jetzt langsam wieder ruhiger wird. Und bring die Hände vor das Brustbein. Ich wünsche dir von Herzen, dass es dir immer wieder gelingt, auch im Yoga die Herausforderung des Lebens wirklich zu meistern, deine Kraft, in deine Dynamik zu gehen, dein Feuer zu spüren. Und herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Wir freuen uns über deinen Kommentar, über dein Like. Und natürlich auch, wenn du den Kanal abonnierst und immer wieder mit uns Yoga übst. Namaste. Und natürlich auch, wenn du den Kanal abonnierst. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.